das allein auf jeden Fall nicht, hast du ja gerade gesehen. Ich am letzten Ding ordentlich auf die Fresse. Ich würde sagen, wir machen nochmal irgendwie ein Level und dann... Was können wir denn so eigentlich alles so machen? Zurzeit können wir halt nur die Mine und die Schmiede machen, aber es gibt halt noch viel, viel mehr. Wollen wir nochmal als eine Anfangslevel machen, das erste? Jo, die meine, die Mine. Ja, und danach... Ja, dann machen wir nochmal die Mine fürs Level. Ja, und danach muss ich auch leider lernen gehen, und... Aber ich glaube, dann haben wir auch wieder mal genug erstmal aufgenommen. Jo, wahrscheinlich, ne, dafür... Dem, dem, dem... Dem so ein Land, aber spring mal. Danke, überspringen mal, wenn das geht. Der tiefe Schacht ist, finde ich, das. Und ich gebe die erste Wave mal einfach so ready, ne? Also, meinetwegen können wir starten. Ich möchte noch erstmal die beiden Triton von mir öffnen. Ja, ja, mach das. Willst du deine nicht? Jo, ich mach das halt nebenbei, wenn die Wave läuft, ne? Das sind halt ja nur diese neuen Mobs. Eigentlich müsste doch jetzt die Wave tierisch einfach sein, ne? Na, eigentlich könntest du eigentlich, ja, ne? Ich brauche nur aus Sicherheit das Ding da immer hin. Ich brauche nur meine Flamer. So, und 50 Mana. Ja, warum kann ich das nicht einlagern? Keine Ahnung, egal. Starte einfach. Vielleicht erst nach der ersten Runde einlagern können dürfen. Keine Ahnung. Ja, ja, ich kann mir doch von Fresse geben. Die ging richtig schön schnell dauern. Und dann noch mehr. Oh, lass erst mal raus. Hey, scheiß Bogenschützen. Das ist zu schlecht für mich. Das ging. Okay, gut, ich lager mal meine Mana ein, wenn das jetzt geht. Ich weiß nicht, wollen wir, dass wir diese Runde mal probieren, ohne irgendwelche Bilder zu machen. Aber jetzt sag ich auch mal Mana einlagern. Weil, vielleicht, ich bräuchte ein paar Welle. Halt ein, jeweils an jeder Krippe. Dann geht zu spät Mana weg. Und Welle gestartet. Sollten wir vielleicht noch die Kisten holen. Darf ich? Wir legen zehn Mana. Uhuhu, sag mal du. Starte die beschissene Welle. Muah. Trap hier einfach ein paar Deile hin. Nicht, dass hier dann am Ende wirklich so wirklich verkackt haben. Die Grafik ist aber irgendwie so bis hinten. Lollipop-Light, ne? So, die Rennen. Ja, und die sind, die Sachen sind so komisch umrandet, so schwarz, irgendwie. Das finde ich merkwürdig. Skiller. Skiller sind das. Kommt aus dem Kreis raus, so tot. Kommt aus dem Kreis raus, kommt aus dem Kreis raus, scheiß drauf drauf hämmern. Bäm, die Bogen schützen kann es auch umkreistöten, habe ich festgestellt. Hey, die sind schon, muss man ihnen da. Was, das feierresistent ist, blöde. Den mag ich nicht. Battle Bandit? Ja, um präparieren. Ich hab Leben gekriegt. Kisten öffnen. Jupp. Hey, neues Schwert. Ich hab auch eins gefunden. Hellermeld, meins, 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 meins. Nur wenn es besser ist, als dein, oder wenn es ganz gut ist. Ich kenne dein Schwert, ja, das hat ja schon knapp 60, 70 Schaden, also, wäre doch, wenn ich dir jetzt ein Dümmeres gebe. 11 Schaden, 15 Schaden. Ich glaub, die brauchst du nicht. Nee, ich hau erstmal meinen Mana wieder rüber. Okay, jetzt ist eh zu spät. Äh, was hat das denn besser? Okay, ich hab grad ein besseres Rüstungsteil gefunden, im Hellen geben, an Bank verkaufen, und das Schwert ist auch schlechter, was ich gefunden hab, also auch an Bank verkaufen. Schließen. Yeah. Ich hab schon wieder 1700, hab ich wieder. Was? Mana? Mana, ja. Wie viel Mana hab ich jetzt eingelagert? Ich hab 2335 mittlerweile eingelagert. Ja, ich hab am Anfang 0. Am Anfang 0. Go. Ich bin töten. Ja, ist doch schon. Ach, jetzt darf ich. Komm raus, du blöder Troll, du, ich töte dich. Ich mach mal rechts hier die Seite. Okay, die zwei Leute. Tod. Oh, da oben kommt jemand durchgelaufen. Ah, mach mal schön. Ich bin halt nicht. Okay. Okay, auf deiner Seite kommt keiner durch. Oh, ich muss nachladen. Oh, du musst nachladen? Das Spiel bockt sich aber. Hm. Mana, 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 mana. Okay, gut. Soll ich jetzt irgendwo ein Turm hinbauen? Ja, nein, vielleicht. Halt an jede Treppe möchte ich gerne eine Wall, das reicht mir schon. Oh, ich darf hier was upgraden. Ähm, die Fans, äh, soll ich auch mal meine Tower upgraden? Oh, ich hab gerade so ein derbses Knacken im Ohr. Und das kenn ich. Von dem Headsets. Na, ist er vom Headset des Knacken. Ja, das kenn ich. Ah, war das. Nicht gut. So, da hinten sind irgendwelche Stiefel. Meins. Wer jetzt erst gefunden. Äh, ich öffne schon mal zwei Kisten, ne? Hey, glaub ich nicht mal eine Kisten. Ich nehm dir eine andere Kiste. Oh, jede Menge Armbust. Klick, klick. Wo soll noch eine zweite Kiste, da hinten. Ich baue dir gleich einen Wall. Ich will erst mal meine zwei Kisten haben. Okay, das war noch, dass du hier haben. Ben, muckst du. Ja, meins. Yum, 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 yum. Yum, yum, yum. Ich fange nämlich gerade an Pikmin. Ja, Pikmin. Warum sag ich immer Pikmin? Das heißt Schweinemensch. Ich weiß. Es ist ein Schweinemensch. Ich hab zu viel Meinschrift. Oh, ja. Alles verkaufen. Ich müsste jetzt schon, ja, 2200. Hab ich schon wieder. Das verkaufst du die ganze Zeit. Einfach nur Crap. Ich glaub, du findest bisschen mehr als ich, oder beziehungsweise du hebst es einfach schneller auf. Ich heb das in der Schlacht nicht auf. Erstmal Mana rüberziehen. Zack, Itembox. Erstmal reloaden, dass ich das nicht in der Schlacht machen muss. Zum Thema, das ist besser. Zum Thema, das ist besser, nur weil das nur mal eine höhere Aufwertstufe hat. Okay, alles an die Bank verkaufen. I'm ready. I'm ready. Go, go, go. So, ich bin da, bleib mal locker. Die Menüs, die schließen sich immer so langsam. So, eh. Ja, hier auf in die Mitte. Mach du die Mitte, ich mach die oben. Two-Shot da und nee. Okay, dann erst mal doch recht. Ach, drei Schüsse bis Dienst. So, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ja, mach ich auch. Oh, Appen. Du darfst Appen? Ja. So, Mana rübergezogen. Menü schließt dich. Mana sammeln gehen. Ich bin schneller als du. Alter, die hab ich halt getötet. Hab. Den geschnick ich mal die Garnier weg. Wenn du mir meinen Mana nimmst, dann verkaufe ich jetzt eine Garn, die ich hier aufgesammelt hab. Eine Kiste hab ich eine Gött noch mir. Alter, warum nimmst du mal ganz Mana weg? Das ist gar nicht dein Ziel. Ich hab in der Mitte und unten getötet, also. Naja, ne, unten hab ich hier rechts getötet. Du hast links getötet. Ja, und die, die von der Mitte kam, die kam heute hier zu dieser Treppe. Naja, na. Die hab ich auch gekillt, die hier alles an der Treppe stand, also. Brauchst du dich nicht beschweren, Halko? Ich brauch noch was. Tschüss. Mana rüberziehen. Itembox. Das Schwert. Nein. Ich ready. Ich warte, warte nochmal. Ich bin doch noch nicht ready. Oh, die Gun ist geil, die ich gefunden hab. Verfluchte Schrotflinte, was hast du alles so auf deinen Waffen? Ähm, warte. Heldeninfo. Meine Waffe macht 71 normalen Schaden, 99 Feuerschaden. Denn zwei von denen, was ich nicht weiß. Ja, kannst vergessen, die sind so gut. Aber echt. Aber meine Waffe ist halt immer. War der Itembox, und ich hab für 30 schon eine geile Gang, also wie gesagt, die in der Taverne war 112 normal, 174 in der Kanone drin und auf jeden Stack vier Stimmen. So einfach mal drauf investiert und dann, was hau ich, hau ich damit von, hau ich Feuerschaden höher oder Schadenswiderstand ist, bloß. Äh, ich glaub, ich hau den normalen Schaden um ein, höre ich hau den Feuerschaden bis hin höher. Zack. Zurück, schließen die Fümane habe ich jetzt noch. 2006, 67, es geht ja noch. Go, go, go. War ich schon ready? Ich nehme die wieder aus der Mitte. Ja, es kommt mal raus, da. Warte, nämlich erst mal die Links. So, ja, hier stimmt auch mal. Ich komm mit runter. Boah, sterben, töten, vernichten. Woho. Oh mein Gott, der hält hier aber ganz schön viel auf einmal aus. Nee, ich baller alles noch easy, schuld weg. Dim, 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 dim. Ey, die greifen die Wall von der anderen Seite an. Alter, komm du raus, ich schalzt Troll da. Einmal rüber da. Ich stand grad auf dem drauf und hab den gegeben. Okay, die ist fast kaputt, ist mir aber grad egal. Schnell, eins ist vorbei, sag das doch. Du, es ist vorbei. Und diesmal sammelst du nicht mein Mana auf. Jedenfalls ich alles, einfach. Ich hab überall mitgeholfen. Jetzt kannst du nicht sagen, ich hab mich nicht. Ja, trotzdem sammelt man denn nicht alles auf. Weil ich hab ja auch was gemacht. Hä, ich hab doch. Egal. Das üben wir nochmal. Naja, aber ich hab ja nicht alles aufgesammelt. Ähm, da unten liegt nichts mehr, also hast du alles aufgesammelt. Kann sein, dass du auch was aufgesammelt hast. Da da ja, sobald die Wave Ende ist, alle, alles aufgesammelt. Aber wo die Wave zu Ende war, war ich hier oben schon. Ich bin ja gleich danach hier gleich hochgelaufen. Du verstehen? Das heißt, ich hab nur die 180 oder was da halt geht, ähm, beim Kampf aufgesammelt. Aber gut. Naja, so viel war das auch. Auf der besten Liste einmal. 121.604. Besten Liste. 121. 1000. Ich bin 74.939. Ja, ja. 74.939, stimmt. Beispiel, ja, ja, leg mich im Arsch. Alter, du hast nur 1000 Punkte mehr als ich in etwa noch nicht mal. Okay, und bist so viel. 8.313. Äh, 311. Juni, hier hieß die 26 mit 8.311. What the fuck? Na gut, äh, ich würd sagen, da gilt es zu sehen. Und ich bin erstmal die Aufnahme, weil ich muss jetzt lernen gehen. Für das scheiß Erdkunde. Also, tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.